Plants, was haben wir jetzt an Plants? Welche ich finde? L-M-N-O-P, Plants. Ah, wir haben Plants. Migrants, ein Farmer, ein Butcher, ein Peasant. Gucken wir mal, New Revival, New Revival, New Revival, okay, das ist alles. So viel dazu. Und Tiere, jede Menge Tiere. Das sind immer fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oder eins, zwei, drei, vier, also 40. Äh. Dann stellen wir erstmal 40 davon her. So. Und dann fangen wir an, Türen zu platzieren. So, wir lassen immer zwei frei, haben wir gesagt. So, so sieht das gut aus. So, dann machen wir hier gleich den nächsten Flügel. So, währenddessen platzieren wir Betten. Kann ich das canceln? Ne. Muss ich so canceln. Cancel Construction, Cancel Construction. Wenn dann sollten wir es richtig machen, dass die Betten da drüben hinkommen. Also, so gegenüber von der Tür, aber nicht direkt, sondern so. Da fehlt ein Bett, da, Bett, da, Bett, da. So, und dann noch Chests. Chests, die, 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 Chests, Chests. So. So. Okay, Migrants sind jetzt nicht mehr gekennzeichnet. Wie sieht es mit Pets Livestock aus? Bleiben wir bei Profession. Wir haben hier einen Stray Gunter. Hier haben wir eine Menge Stray Dogs. Ja, Kalb und Goat Kitty haben wir bereits nach draußen. Ein Wasserbüffel Kalb. Na ja gut, gucken wir einfach mal, was wir so finden. Stray Dogs, Stray Dogs, Stray Dogs. Du bist auch kein Streuner. Ja, Stray Gunder und Stray Water Buffalo. So. Ich weiß immer noch nicht, was man mit dem Jagger Thread macht. Ich muss mal jetzt ehrlich gucken. Äh, Workshops. Cloth and Leather gibt's garantiert nichts. Äh. Nee. Karma, Quern, Wormencatchers Shop. Nestbox. Und Hive. Hm. Machen wir gerade alles nicht. Hier sehe ich jetzt gerade auch nicht wirklich was. So, die Zimmer sind eingerichtet. Also, Multi-Bedrooms. Und hier sehe ich jetzt. Ja, da klappt das, weil das wirklich einzelne Räume immer sind. So, und die Bedrooms sollten irgendwann auch geclaimt werden. So, und die Bedrooms sollten irgendwann auch geclaimt werden. Okay, mein Blacksmith an der Strange Mood. Mandat wurde beendet. Okay. 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 Ich mach mal die Steinchen hier weg. Okay. 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 Mal kurz gucken. Was brauche ich für eine Gildenhalle? New Guild Hall. New Guild Hall. Anniem Museum. Dining Hall. Ja. Wieso eigentlich Museum? So entfernen wir das mal und das hier ist die Dining Hall, die bleibt eine Dining Hall. Ja, da hätte ich gerne eine Meeting Area. Accept. Und die bleibt unnamed Museum. Was mir halt immer noch fehlt ein bisschen ist der Alarm-Button. Tasks, Kreaturen, Justice. Kreaturen, Justice. Kreaturen, Intelligenz. Hmm. Standing Orders, Other. Announce some job. Announce some job, ja. Everybody harvests. Pepper salts for water, makes food embarrassed. Pepper salts for fishing, ja. Children do chores, ja, können sie. Forbidden of the public is a cure at time of death. Automat Kitchen und so weiter, ja. Das ist gut. Ich sehe aber immer noch nicht, wo ich hier Alarm schlagen könnte. Sicherlich nicht im Stocks-Ding. Und hier ist auch nur Map-Zeug. Und hier ist das Squat-Fenster, okay. Oh, sind sie hier oben fertig? Ja, sind sie. Das heißt, wir dampen die Steine hier drin. Auch mal alle. Wir dampen die Steine hier drin. So. Dann kann ich hier schon mal Barrels wieder rausnehmen. Und die packen wir dann da oben hin. Bins am besten auch. Dann wird nämlich der Stock bei oben leer. Wo wir einfach zu viele Bins gerade drin haben. Ja, egal. Okay. Also, ich hätte gern hier ein Stock bei. Custom. Da soll rein. Äh. Bins. Barrels. Und von mir aus, wo sind die Cages? Bins. Bins. Barrels. Bins. Barrels. Manchmal, also in Kages gibt es nicht. Gucken wir mal kurz durch. Anvils. Amor Stands. Bags. Ja gut. Bags können wir auch hier. Ballista Arrows. Ballista Parts. Beds. Boxes. Buckets. Cabineas. Caterpont Parts. Coffins. Stores. Floodgates. Grades. Hedgecovers. Lallaged Ponds. Foot Storage... Oh ja, das kann auch dorthin. Mechanisms, Millstones, Minecarts, Pipe Sections, Burn, Sunpacks, Siege, Ammo Slabs, Statues, Tables, Faction Benches... Nö.